Null. Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Trigger. Mit dabei... Dominic 1. Yeah. Schau mal, ob das Video heute was wird. Nicht so wie immer so behindert. Geht Dominic, du? Ja. Penner. Was machen wir? Oder habt ihr den Master of Disaster irgendwie? Der Master of Disaster, ja. Was machen wir? Einen Überlebenskampf oder Kampagne? Kampagne? Du weißt schon, ich bin gestern da bei der einen Mission 100 Mal gestorben bei dem Scheiß. Ja, ist mir doch egal. Ich kann nichts upgraden. Ich kann nichts upgraden. Urbehindert ist das. Okay, dann mach euch das andere. Ah doch, ich kann eh was upgraden. Ich hab die Pistole ein bisschen abgegradet, auch wenn es urbehindert ist, aber egal. Und los geht's. Und los geht's. Eine Minute rennt die Folge. Machen wir so eine halbe Stunde. Okay, machen wir durch. Find Supply Boxes. Vier Stück. Oh nein, ich hasse die Mission. Ich hasse diese Drecksmission. Armin, wir glauben an dich. Was? Wir glauben an dich. Das sagst du mir jetzt? Schönen Headshot verpasst, du Dreckszombie. Blödes. Zombies sind so. Hör, verpiss dich? Armin, denk dran. Wenn du stirbst, kommst du nicht deine Kappe zurück. Was? Was? Warte. Wenn du stirbst, kommst du nicht deine Kappe zurück. Scheiße. Scheiße. Wo ist der Scheiß? Ich bin tot. Na, Scherz, ich lebe eh noch. Da hinten ist die erste verfluchte Kiste. Oh Mann. Noch drei Stück. Halt die Fresse. Du musst schon mitreden. Ja. So ein bisschen zu dumm. Hörst du das Geschieße, oder was? Ja, klar. Oh nein. Hörst du das Geschieße, oder was? Ja, klar. Ich hasse diese gepanzerten Zombies. Diese gepanzerten Zombies sind solche Schweine. Und die ziehen halt aus. Er ist eh schon tot. Ja. Dann zieh die gepanzerten Monster halt aus. Er ist schon tot. Er ist schon tot. Okay. Verstehst du mich nicht? Sicher. Ist doch viel besser zu zweit. Nee. Nee, überhaupt nicht, gell. Sicher. Arme, hast du eh drauf gedrückt, dass ich aufgenommen werde? Ja, sicher. Du wirst automatisch aufgenommen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich hör dich aber sicher. Das Video rennt... Ich hör's nicht, aber... Mission fertig. Mission abgeschlossen. Gott sei Dank. Dann bekommst du eine neue Karte doch morgen zurück. Ahaha. Ja. Ja. Müsstest du dich dann noch am Ende erzählen, was halt hier passiert ist? Ja. Was? Oh nein, Werbung. Diese, diese depperte Werbung mitten im Let's Play. So ein Trottel. Hey, dann mach ich einfach Flugmodus an. Was bringt mir das? Dann bekommst du keine Werbung. Gut, dann mach ich das. Flugmodus eingeschaltet. 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 Jo, Digga. Servus. Ja, Dominik ist gerade unabsichtlich weggegangen. Keine Ahnung wieso ist er weggegangen. Ich hab keine Ahnung warum. Ich würd sagen, kann man was im Casino machen? Ne, können wir nicht. Ich würd sagen, wir machen... Remove all infected from the area. Let's go. Let's go. Objektiv Kill Zombies. 49 Stück hätten wir da. 48 Stück. Objektiv Kill Zombies. 45 Stück. 38 Stück noch. Sehr schön. Ich denke, ich bleib bei der Pistole. Go into the camera. You got 24 Dollars. Sehr schön. 38 Kids. Sehr schön. 39 Kids. Sehr schön. Ja. Was, 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 was. けてherschein. Was. Was, 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 was? Ah, ha, 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 ha. Ja, natürlichönere. Wie konnte er sein? Heilung, Heilung ist immer wichtig, sogar sehr wichtig, sieben Hits, sehr schön, wow, 23 Kits, 24 Kits, 40 Kits, get on the guard, diese gepanzerten Zombies sind so stark, das ist unglaublich, objektiv kill Zombies, you got 24 Dollars, 102 Hits, 15 Zombies noch, 13 Zombies, jetzt sterben wir ganz, nicht sterben, sieben Stück noch, 22 Kits, sehr schön, 29 Kits, 4 Stück Ketten wieder hoch, Yes, Mission completely, Mission completely, war ja eigentlich ueinfach, 2.200 WXP, 699 Money, sehr schön, Sweep the area and secure any useful items, equipment, haben wir da irgendwas, 28.000, heilige, ich würd sagen, wir holen uns hier, ähm, das hier, ja, das sind alles, das ist teuer alles, Let's go, let's go, let's go, Find Supply Boxes, oh na, nicht schon wieder so ne Scheiße, ich hasse das mit dem Finder, die 5 Boxen, ich darf nicht sterben, Da hätten wir einen ersten schon, Carry a Box upstairs, ja, nochmal eines hätten wir, Find and carry other 4 Boxes, Man sieht, Zombies sind eigentlich recht einfach, 10 Hits, sehr schön, Wieder upstairs, 29 Kits, so, sehr schön, You got 24 Dollars, Die Folge 10 Minuten, echt schwach, Oh nein, Was, hä, was? 103 Hits, sehr schön ist das, Sehr schön, You got 24 Dollars, If you done, bring me done, Bring in, man, Wo zum Teufel muss ich da hin, ey? Das ist ja urscheiße, you got 20, Wo ist die, wo ist die, wo ist die Kiste, verdammt? Scheiße! Bring in there! Vielleicht da hinten, Was willst du von mir, du kleines Xindl? Ich hab keine Ahnung, wo die Box ist! Das? Müssen wir mal gucken, ich hab, keine Ahnung, wo die ist! HÄ!!! Jag find die Box irgendwie grade nicht... Oh nein, das ist... Ich finde die Box nicht, verdammte Scheiße. Oh Mann. Wo? Wo ist die... Ich finde die Box gerade irgendwie nicht. Ach so, ich musste schon abliefern. Jetzt habe ich es kapiert. Get into the camera. Vier Schuss. Ah. Puh. Get all you got. Zwei Stück noch. 248 Geld. Oh. Oder gib mir eine, oder. Ich muss abhauen. Geh an die Kamera. thin Dia. Gut. Geh an. 111 Geh an. Geh an. Geh an. Geh er dich. Dein. Geh an. Geh an. Geh an. Das gibt mal so auf die Eier, diese Scheiße. Genau, ganz schlecht, du Hurenkind. Das ganze nochmal machen, das geht mal auf die Nerven, unglaublich, heute Chance. Hä, wo ist die erste Box? Bin ich gern mal erschrocken. Arschloch. Also muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe, weil das wäre extrem bitter. Auch da unten ist die Box, beide haben Verstecke, das ist ein Wahnsinn. Drei Stück noch. So, drei Box noch, neun Hits, sehr schön. 40 Dollar hätten wir. Was willst du von mir? Was, hä? Du, ah, du Penner. Kannst schön sterben gehen. Ich bin grad, ich bin falsch. Oh nein, bitte nicht. Zwei Stück noch. Die nächste Box ist da oben. Wo sind die Boxen? Irgendwie ist mir das echt ein Rätsel, hä? Komisch. Du hast 25 Dollar. Oh oh, oh oh, oh oh. Was wollt ihr alle von mir? Ja? Ich bin wieder falsch. Es gibt's ja nicht. Ja, Arschloch. ja natürlich kann 33 hits sehr schön mal gucken wo die ist wieder oben einer noch wo ist die box ab da hat da oben ist die box da das sind vielleicht in der penner leider komm 135 hits sehr schön und zwar ich komm komm ich muss schneller machen die folge dort schon wieder ewig lange jedes mal bin ich falsch das ist ja unglaublich fertig na gott sei dank haben wir das jetzt auch noch geschuft na gott sei dank oh sehr viele erfahrungspunkte gut ich würde sagen ja wir machen noch ja machen machen wir noch eine find and get die box ist wieder vier stück schauen ob wir das schaffen ich finde dann werde ich sagen das passt dann da hätten wir gleich einmal die erste drei stück hätten wir noch drei stück geht an you get find and carry other free boxes sehr schön häh na wieder ah wisst ihr was friss ohrschlöcher 39 kids der headshot sehr schön gleich haben wir es geschafft ein stück noch wenn ihr nevremind gerne zu der kamera gerne und ihr habt und tot drecksvieh die box hätten wir auch ein 78 kids haben wir gehabt sehr schön du kannst sterben gehen und mission completely bring in your never mind bring in your never mind so gut gut ja ich würde sagen ich würde sagen wir machen noch eine und dann passt es würde ich mal sagen oder nicht sicher wieder warum erwischt ich immer nur so fein da ganze die ganze zeit fein sappli boxes fein sappli boxes fein sappli boxes dreckszombie fünf stück hätten wir da egal du 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 jetzt werde ich mal schauen dass ich in dieser mission nicht einen einzigen schaden abkrieg mal schauen ob ich das schaff wo ist die box ah da ja gefunden carry box zu der collection point ah fünf stück hätten wir da gut vier noch sehr schön jetzt gehen wir da rein wie lange rennt die folge 25 minuten gut kürz wie ist der droschen der wiss ich hier nicht cool oh was wäre jetzt so knapp also manche zombies sind echt gefährlich Das ist ein Wahnsinn. Gerdon, du Gerd. Muss ich wieder die ganze Runde gehen. Ja, der Trottel, den geh ich gleich mal weg. Ah, weißt du was? Oh, sehr schöner Killer. Aufpassen, Freundchen. Bring it your nevermind. Bring it your nevermind. Drei Stück noch, sehr schön. Bring it your nevermind. Ja, das ist hoher. Da ist die nächste Box. Ja, der wischt es mich eh nicht. Und dann den nevermind. Und dann den nevermind. Zwei Stück noch. Haben wir es gleich geschafft. So muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe. Weil sterben wäre jetzt echt behindert. Da haben wir den nächsten Trottel. Oh, nein. Oh, nein. Dann haben wir den gepanzerten Trottel getötet. Weil sonst wäre ich eh gleich wieder drauf gegangen. Aber wir haben noch zwei Stück oder was? Oh, nein. Bitte nicht. Nein. Nein. Ich hasse das. Wenn ich so, wenn ich so viel habe. Es ist ein bisschen nervig. Aber ist halt so. So, ein Stück noch. Jetzt geht's noch. Dann bringen wir jetzt den Repzern. Und dann bringen wir die Zombrecht. Kiellen wir die Zombrecht noch. Die paar. Sind ja nur ein paar Stück. Ja okay, ein paar. Sehr schöner Kill. Wirklich, sehr schön. Yes, Mission completely. Rank 14. Upgraden können wir nix an. Nee. Kaufen. Warum nicht? Gut. Ich würd sagen... Gut. Ich würd sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Eine richtig lange Folge. Über eine halbe Stunde. Gut. Ich würd sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.